Ja, vielen Dank, Frau Runkel, für die freundliche Einführung, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich ganz besonders, dass ich diese Seminarreihe zu einem spannenden Thema heute eröffnen kann. Und wie es Frau Runkel schon angedeutet hat, werde ich mich nicht auf den Wald konzentrieren. Dafür wird es im Seminar Folgevorträge geben, die sich dem Thema Wald dann intensiver widmen werden. Ich möchte heute etwas über den Tellerrand schauen und auch das beleuchten, was sonst der Klimawandel macht hier in der Region im Westerwald. Denn als Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandel folgen, wir feiern übrigens gerade jetzt im September unser zehnjähriges Bestehen, haben wir die Aufgabe, die Folgen des Klimawandels auf alle Gesellschafts- und Umweltbereiche zu analysieren und daraus auch Anpassungsstrategien zu erarbeiten. Ich habe meinen Vortrag folgendermaßen gegliedert. Ich möchte kurz einen Blick auf die globale Perspektive werfen. Klimawandel global ist ja schon lange ein Thema. Der Klimawandel ist aber jetzt auch im Westerwald spürbar, sichtbar, messbar. Das versuche ich Ihnen mit einigen Fakten zu zeigen. Ich werde natürlich auf die Frage eingehen, wo geht die Klimareise hin? Was zeigen Szenarien? Was zeigen Modelle? Und dann eben beleuchten, welche Folgen hat der Klimawandel auf den Wald, aber auch darüber hinaus in anderen Handlungsfeldern. Und es sind ja zahlreiche kommunale Vertreter heute Abend anwesend. Wie können sich Kommunen anpassen oder warum sollten sich Kommunen intensiver mit der Frage der Anpassung an den Klimawandel befassen? Normalerweise steige ich in einen Vortrag ein mit der globalen Perspektive oder mit Klimadaten hier im Raum. Ich möchte das heute mal ganz anders tun und eine Folie voranstellen. Hier eine Seite der Westerwald-Touristik, weil ich das Thema Tourismus und Klimawandel etwas näher beleuchten will, insbesondere dann auch am Schluss meines Vortrags. Ich möchte aber bewusst mit dieser Folie starten. Sie kennen die Bilder oder viele kennen die Bilder. Sie kennen natürlich den Westerwälder-Gruß als Westerwälderin und Westerwälder sehr viel besser als ich. Der ist ja über 100 Jahre alt. Und ich stelle diese Folie an den Anfang, weil ich sie verbinden will mit einem Testimonial. Ich hatte letzte Woche ein Kooperationsgespräch mit einer Universität und dann kamen wir auf den Westerwald zu sprechen. Und dann habe ich angedeutet, ich habe nächste Woche einen Vortrag in Hachenburg zum Klimawandel im Westerwald. Ach, sagte die Kollegin, wie nett. Ich komme aus dem Westerwald bzw. bin im Westerwald auf der Fuchskaute aufgewachsen. Und dann sagte sie mir, ja, und das passt zu diesem Begriff Hui, kühler, rauer, windiger Westerwald. Sie sagte, in meiner Kindheit vor 30 Jahren war es im Sommer auf der Fuchskaute oft kühl und feucht. Jetzt ist es oft schön warm und angenehm. Also eine Erfahrung. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, können wir das auch mit Daten belegen? Ist es tatsächlich so, diese Wahrnehmung der Westerwälderin? Doch zunächst will ich mal einen globalen Blick werfen auf das Thema Klimawandel. Oder wir müssen eigentlich von einer Klimakrise sprechen. Der Begriff Klimawandel wird der Entwicklung, die wir beobachten, global, aber auch bei uns in Rheinland-Pfalz nicht gerecht. Und ich könnte Ihnen jetzt sehr viele Bilder zeigen. Ich habe mal beispielhaft mitgebracht ein Foto abschmelzender Polkappen, das mein Mitarbeiter, Herr Dr. Sauer, selbst gemacht hat bei einer Exkursion auf Grönland. Und blende hier mal ein, die Temperaturentwicklung global. Nun gab es Klimawandel ja schon immer. Und wir könnten jetzt sehr weit in die Vergangenheit zurückgehen. Da gab es Temperaturveränderungen, die noch größer waren als das, was wir derzeit erleben. Aber die Ursachen waren andere. Und die Intensität und das zeitliche Tempo war ein anderes. Und das zeigt hier diese Darstellung, die beginnt am Beginn der letzten Eiszeit bis heute. Und wir hatten nach Ende der letzten Eiszeit, wie Sie sehen, an diesem roten Anstieg schon mal einen Anstieg von 1 Grad in relativ kurzer Zeit. Aber relativ kurz heißt 1150 Jahre. Und das, was wir jetzt erleben, 1,1 Grad Anstieg global in nur 100 Jahren. Das ist also rasant. Das ist immens. Und das soll mal beispielhaft veranschaulichen, wie dramatisch dieser Anstieg derzeit ist, den wir erleben. Nun könnten Sie natürlich fragen, was sind denn schon 1,1 Grad? Und wir haben als Menschen ja Probleme, überhaupt 1,1 Grad Unterschied wahrzunehmen. Wenn ich Sie jetzt hier fragen würde, welche Temperatur, ich habe jetzt leider kein Thermometer dabei, aber welche Temperatur haben wir hier in dem Kinosaal? Dann würde ich sicher unterschiedliche Antworten bekommen, die vielleicht um 1, 2 Grad voneinander abweichen. Also wir Menschen haben eigentlich Schwierigkeiten, das zu unterscheiden. 1,1 Grad sind ja eigentlich nicht viel. Doch 1,1 Grad sind sehr viel, weil damit global zentrale Kipppunkte erreicht werden. Und zu diesen Kipppunkten gehören die Eiskörper, da gehören die Strömungssysteme und es gehören auch die Ökosysteme. Das ist hier mit diesen unterschiedlichen Farben eingefärbt. Das arktische Meereis hatte ich Ihnen schon genannt. Wir merken Veränderungen bei den tropischen Korallenriffen. Wir merken Veränderungen auch bei Oszillationsbewegungen El Niño, El Niña. Wir merken natürlich auch bei den westantarktischen Eisschildern oder bei den ostantarktischen Veränderungen. Da sind Kipppunkte bereits fast erreicht, andere noch nicht, aber andere würden erreicht, wenn die Temperatur weiter zunimmt um 1, 2 Grad. Dann geraten auch diese Systeme ins Wanken. Und eine ganz zentrale Rolle spielt auf der Nordhalbkugel der Jetstream. Bei dieser Jetstream, ein großräumiges Windsystem, beeinflusst unser Wetter und unsere Witterung. Und das haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch gemerkt. Anhand extremer Trockenperioden auf der einen Seite, aber auch im Sommer anhand feucht-warmer Wetterlagen, die längere Zeit anhalten. Weil dieser Jetstream zieht sich zunehmend auseinander. Das heißt, im Nord-Süd-Richtung hat er eine größere Spanne. Und diese Wetterlagen bleiben länger bestehen. Sie persistieren. Sie ziehen nur langsam weiter. Und dann haben wir eben über Tage oder über Wochen ein Hochdruckgebiet mit trocken-warmer Wetterlage oder auch eine feucht-warme Wetterlage dann gepaart mit Starkregen. Also dieser Jetstream hat sich bereits verändert und er beeinflusst unser Wetter. Und was ist verantwortlich für diese Veränderung des Jetstreams? Es ist im Prinzip die starke Erwärmung der Arktis. Die Arktis erwärmt sich stärker als der Äquator. Das heißt, wir kriegen dann auch einen Temperaturunterschied, einen größeren. Und der führt dazu, dass dieser Jetstream sich fundamental verändert. Und das beeinflusst unser Klima. Zurück nach Rheinland-Pfalz, zurück in den Westerwald. Das Klima war lange Zeit konstant. Davon konnten wir auch als Waldbewirtschaftende, als Bewirtschaftler von Landnutzungssystemen ausgehen. Und dieses Das habe ich jetzt bewusst in Klammern gesetzt, weil das Klima eben nicht mehr konstant ist. Wenn wir uns über Klima unterhalten, dann müssen wir in der Regel 30, mindestens 30-jährige Zeiträume betrachten. In unserem Themenheft Klimawandel haben wir das derzeitige Klima mal charakterisiert für Rheinland-Pfalz oder so wie es von Experten, von Geografen auch charakterisiert wird, als westeuropäisch-atlantisch geprägt. Wobei Temperatur und Niederschlag bekanntermaßen starke regionale Unterschiede haben. Stichwort Vorderpfalz und Westerwald. Aber dieses Klima ist eben nicht mehr konstant. Der Zeitraum, der da abgebildet ist, ist 1971 bis 2000. Das haben wir bisher immer als Referenzperiode genommen. Also wir haben einen Wandel und diesen Wandel, den beobachten wir zunächst einmal in der Natur an sogenannten äußeren Erscheinungen. Der Deutsche Wetterdienst erhebt mit ehrenamtlichen Kräften bestimmte Erscheinungen in der Natur. Das heißt, wann bestimmte Pflanzenarten, Strauch- oder Baumarten austreiben, wann sie ihre Blätter entfalten, wann sie Früchte bilden, wann sie ihre Blätter abwerfen. Das wird standardisiert erhoben. Wir bekommen diese Daten dann auch und können dann für die einzelnen Naturräume in Rheinland-Pfalz sogenannte doppelte phänologische Uhren erzeugen. Und diese Uhren bestehen aus einem äußeren Ring. Das ist hier die Gegenwart, also 30 Jahre etwa, 1990 bis 2019. Und einem inneren Ring, den kann man wählen in unserem Klimawandel-Informationssystem. Ich hätte jetzt auch den Zeitraum 1961 bis 90 wählen können. Hier ist jetzt mal dargestellt 1951 bis 80, also bevor der Klimawandel dann so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und wenn wir diese beiden Uhren vergleichen, dann sehen wir, dass das Frühjahr heute im Westerwald deutlich früher beginnt. Der Winter ist verkürzt. Wir haben eine Vegetationsperiode, die heute schon fast drei Wochen länger ist, wenn wir diese beiden Zeiträume vergleichen. Also die Vegetationsperiode hier, dieser grüne Sektor, der beginnende grüne bis zum endenden gelben Sektor. Und wir sehen, das Frühjahr hört etwas früher auf. Das wird hier festgemacht an der Blüte des schwarzen Holunders. Da stehen also immer bestimmte phänologische Phasen dahinter, hinter diesen einzelnen Eintrittszeitpunkten. Und der Herbst endet etwa zum gleichen Zeitpunkt. Aber insgesamt ist die Vegetationsperiode eben deutlich länger geworden. In anderen Naturräumen ist das ähnlich. Es schwankt so zwischen 14 Tagen bis etwa 21 Tagen. Diese Erkenntnis ist wichtig, auch für spätere Folgen, die ich noch zeigen werde. Den Klimawandel können wir natürlich nicht nur beobachten, sondern natürlich auch messen. Und da gibt es an den Stationen des Deutschen Wetterdienstes Aufzeichnungen seit 1881 bis heute. Und das lässt sich sehr schön veranschaulichen mit sogenannten Warming Stripes. Also jedes Jahr ist symbolisch abgebildet mit einer Farbe. Und hinter dieser Farbe steht ein Temperaturwert. Links 1881. Am linken Rand rechts das Jahr 2019. Das kälteste Jahr lag irgendwann um 1887. Hier mit dem Wert 6,7 Grad für den Westerwald. 7,1 Grad für Rheinland-Pfalz insgesamt. Das wärmste Jahr war das Jahr 2018 bisher mit 10,4 Grad im Westerwald, 10,8 Grad in Rheinland-Pfalz. Also das ist sehr ähnlich. Da ist der Unterschied nicht groß. Und jetzt werfen wir einen Blick auf die Statistik, wie sich das verändert hat. Und aus dieser Abbildung sehen Sie auch, dass dieser Trend dann insbesondere ab den 80er Jahren sehr steil nach oben geht. Wir haben hier abgebildet die Temperaturwerte der Einzeljahre. Sie sehen, da haben wir sehr starke Schwankungen. Das einzelne Jahr weicht mehr oder weniger stark von einem Mittelwert ab. Dann ist dieses gleitende Mittel eingezeichnet, das eben diesen Anstieg dann, diesen Trend nach oben ab 1980 zeigt. Und wir haben diese bekannten 30-jährigen Zeiträume hier, vor allem den ersten Zeitraum und die beiden letzten hier eingezeichnet. Und aus der Differenz dieser beiden horizontalen Linien, dieser Linie hier und dieser Linie hier, können wir einen Temperaturanstieg für den Westerwald von 1,5 Grad ableiten. Das ist fast auch der Wert, der für Rheinland-Pfalz insgesamt gilt. Der steht hier hinten, 1,6 Grad. Rheinland-Pfalz ist überdurchschnittlich vom Klimawandel betroffen. Deutschlandweit liegen wir etwas drunter, da liegen wir bei diesen 1,5 Grad. Global, habe ich eben bereits gezeigt, sind es 1,1 Grad. Diese Temperaturveränderungen, und jetzt übertragen wir das auf die Fläche, haben bereits Wärmestufen verschoben. Und für den Wald, aber auch für die Landwirtschaft sind solche Wärmestufen entscheidend. Dargestellt ist hier die forstliche Vegetationszeit von Mai bis September. Und hier haben wir wieder links diesen Zeitraum 51 bis 1980 für die jüngere Vergangenheit. Beobachtungsdaten, also was wurde tatsächlich gemessen? Der Westerwald ist hier rot eingezeichnet. Und auf der rechten Seite jetzt hier bis 2015, weil wir hier gesucht haben nach einem zuverlässigen Datensatz. Deswegen geht er nicht ganz bis 2019, aber der Trend stimmt für die Gegenwart 86 bis 2015. Und wenn man jetzt genau hinschaut, dann haben wir hier Wärmestufen abgebildet. Das sind Temperaturklassen, die hier beginnen bei 8 Grad und die gehen bis 22 Grad. Der Westerwald war in der jüngeren Vergangenheit geprägt von kühlen bis mäßig kühlen Verhältnissen. Etwa hälftig, was die Fläche anbelangt. Und bereits jetzt in der Gegenwart beobachten wir eine Verschiebung. Das heißt, diese Stufe kühl in der Vegetationszeit 13 bis 14 Grad, die ist schon fast verschwunden. Die gibt es noch in den höheren Lagen. Sondern jetzt hat sich schon durchgesetzt die Stufe mäßig kühl für Waldwachstum immer noch in Ordnung. 14,5 bis 16 Grad insgesamt als Mittelwert. Und Sie sehen insgesamt in Rheinland-Pfalz erleben wir schon jetzt eine Verschiebung in Richtung dieser Stufe mäßig warm. Hier am Rand wird es schon rosa. Das bedeutet 18 bis 20 Grad in der Vegetationszeit. Bitte versuchen Sie sich diese Farbschattierung zu merken. Ich komme später auf die Zukunft. Nicht sofort, aber ich komme später auf die möglichen Zukunftsbilder. Also Wärmestufen haben sich verschoben. Wir messen den Klimawandel. Und wir spüren den Klimawandel. Denn ich habe ja eingangs gesagt, solche Mittelwertsveränderungen, Verschiebungen, die spüren wir ja nicht unmittelbar. Das ist einfach zu langfristig, solche Mittelwerte. Aber wir spüren es an klimatologischen Kenntagen. Und ich denke, Sie werden mir alle zustimmen, dass Sie, je nachdem, welches Alter Sie haben, also ich bin jetzt so Mitte 50 und ich kann mit Sicherheit sagen, ich habe den Klimawandel erlebt. An der Zunahme heißer Tage. An der Zunahme von Sommertagen. Heiße Tage über 30 Grad. Sommertage über 25 Grad. Während auf der anderen Seite gleichzeitig Eistage und Frosttage abgenommen haben. Hier auch wieder beginnend. Die linke Säule steht für den Zeitraum 51 bis 80. Die rechte Säule 90 bis 2019 für die Gegenwart. Und hier sehen wir eben, dass die Zahl der Sommertage im Westerwald von etwa 22 auf im Mittel hier 45 schon zugenommen hat. Heiße Tage gab es im Westerwald eher selten. Das lag eher im Bereich von drei, vier Tagen in der Vergangenheit. Heute haben wir fast schon zehn Tage. Und das sind immer Mittelwerte. Das bedeutet, es gibt einzelne Jahre wie 2018, Extremjahr, wo wir ja deutlich höhere Werte haben. Da steigt dann die Zahl der heißen Tage auf 40 oder 50 an. Und das ist das Dramatische. Diese Veränderung von Kennwerten zeigt sich auch in der folgenden Abbildung, wo die thermische Situation in den Sommermonaten dargestellt ist. Und zwar sind das Oberflächentemperaturen aus Satellitenbildern für die Monate Juni, Juli, August. Jetzt haben wir hier einen längeren Zeitraum, also einen Mittelwert für 2003 bis 2019. Und hier sieht man für den Westerwald, wir haben hier, wie wir auch erwarten würden, eher noch kühlere, mäßig warme Verhältnisse. Verhältnisse, nur ausnahmsweise in Stadtregionen sehr warme Verhältnisse. Also das, was man auch so erwartet hätte, vermutlich. Ganz im Gegensatz dazu zum Beispiel der Oberrheingraben, Rheinhessen, das Oberrheintiefland, wo man eben auch heute in den Sommermonaten schon sehr warme bis heiße Verhältnisse hat. Doch schauen wir uns nun ein Extremjahr an wie 2018. Und 2018, da sah es so aus. Das heißt, wir haben flächendeckend in Rheinland-Pfalz sehr warme Verhältnisse. Und diese Veränderungen, diese Kenntage machen auch für den Westerwald nicht halt. Im Sommer 2018, in diesen drei Monaten, hatten wir überwiegend sehr warme, teils heiße Verhältnisse und nur noch in wenigen Lagen dann die mäßig warme Stufe. Also diese Extremjahre, die spiegeln sich auch im Westerwald in der Temperaturentwicklung wieder. Das Thema Trockenheit und Niederschlag ist schon mehrfach angedeutet worden als großes Problem. Und im Rahmen der Seminarreihe wird es ja auch einen Vortrag speziell dann zum Wasser geben. Hier an dieser Stelle nur der Niederschlagstrend. Was können wir da ableiten, wenn wir das Sommerhalbjahr mit dem Winterhalbjahr vergleichen und schauen uns die Zeitreihe an von 1881 wieder bis 2019? Dann stellen wir fest, diesen klaren Trend, den wir bei der Temperatur haben, den gibt es beim Niederschlag so nicht. Im hydrologischen Sommer sogar überhaupt kein Trend. Also wenn man da eine Trendlinie einzeigt, dieses gleitende mittelstarke Schwankungen, aber kein Trend erkennbar. Im Winter, im hydrologischen Winter von November bis April, ein signifikanter Trend nach oben. Aber wenn Sie jetzt diese beiden letzten 30-jährigen Zeiträume vergleichen, dann ist doch hier dieser abfallende Astro. Und das hat man ja speziell in den letzten 10, 15, 20 Jahren gemerkt. Das spiegelt sich ja auch in den Grundwasserverhältnissen wieder, wo es eben viele Jahre und auch Winter gab mit unterdurchschnittlichen Niederschlägen. Das sind langfristige Trends. Neben diesen langfristigen Trends gibt es natürlich solche Sachen. Und das haben Sie auch erlebt. Das sind jetzt alles Bilder aus Rheinland-Pfalz. Vor 10, 15 Jahren hätte man vielleicht noch Probleme gehabt, geeignete Bilder für extreme Wetterereignisse hier aus Rheinland-Pfalz zu finden. Da ist man häufig auf die globale Ebene gegangen, hat Buschbrände gezeigt, hat Monzune, Starkregenereignisse gezeigt. Das sind alles Bilder aus Rheinland-Pfalz. Zwar nicht alle aus dem Westerwald, aber doch hier aus dem Land. Die Fichten, die absterbenden Fichtenbestände, das brauche ich nicht nochmal zu erwähnen. Aber auch das ein Bild aus dem Westerwald, aus der Gemeinde Kirchen. Starkregenereignis, Kanalisation sehr stark beeinträchtigt. Dann hier ein Bild mit einem Starkregenereignis aus dem Hunsrück-Verbandsgemeinde Herstein. Ein Bild zu Bodenerosion, das mir freundlicherweise Herr Holl hier vom FPZ zur Verfügung gestellt hat. Dann hier Niedrigwasser. Das andere Extrem am Rhein, wo der Binger-Mäuseturm fußläufig erreicht werden konnte. Extreme Trockenheit, nicht nur in den Wäldern, sondern auch in der Landwirtschaft, mit Auswirkungen auf die Erträge oder hier Hitzeschäden an Stadtbäumen in Städten wie zum Beispiel Worms oder Speyer. Jetzt die Frage, die auch an uns als Wissenschaftler häufig gestellt wird. Ja, diese Extremereignisse, gefühlt sind sie wohl häufiger und intensiver geworden. Aber die Zeitreihe ist noch nicht lang genug, um zu sagen, sie haben wirklich zugenommen und sie sind intensiver geworden. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, ist das jetzt auch der Klimawandel? Ich werde auf diese Frage gleich noch zurückkommen und versuchen, eine Antwort zu geben. Was kann man zu den Starkregenereignissen sagen? Hier hatte man lange Zeit das Problem, dass diese Starkregenereignisse nicht zuverlässig erfasst wurden. Wir haben zwar eine ganze Reihe von Wetterstationen, aber die sind über das Land verteilt. Und je nachdem, wo der Starkregen niederging, hat die Station das Ereignis erfasst oder eben nicht. Da konnte es sein, dass ein Ereignis 200, 300 Meter daneben war und an der Station war es nicht messbar. Seit dem Jahr 2001 gibt es vom Deutschen Wetterdienst jetzt flächendeckend ein Radarmessnetz und sogenannte Radulandaten und da kann man jetzt wirklich Ereignisse erfassen. Und das ist jetzt eine Statistik von 2001 bis 2016, differenziert nochmal nach der Stärke der Ereignisse. Und zwar ist hier die Gefährdungsstufe, die Warnstufe herangezogen worden. Links haben wir markantes Wetter. Da will ich jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen, das heißt hier in etwa 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder 20 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden. Unwetter ist dann schon ein Ereignis mit deutlich größeren Niederschlagsmengen in kurzer Zeit. Und recht extremes Unwetter, das wären jetzt hier 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder 60 Liter in sechs Stunden. Und was jetzt hier auffällt, links bei markantem Wetter kommt die Topografie noch ganz gut zum Vorschein. Das heißt dort, wo ich höhere Gebirgslagen habe oder die Mittelgebirgslagen in Rheinland-Pfalz, da habe ich auch höhere Niederschläge. Also die Topografie beeinflusst diese Ereignisse, die nicht ganz so stark sind. Je stärker das Ereignis wird, umso mehr verschwindet die Topografie. Und extreme Ereignisse, und das ist diese Schlussfolgerung aus diesen Abbildungen, je stärker das Ereignis, umso geringer ist der Einfluss der Topografie. Oder anders ausgedrückt extreme Unwetter. Hier, das sind diese rosafarbenen und roten Punkte, können praktisch überall auftreten. Und jede Kommune in Rheinland-Pfalz muss sich damit befassen, kann im Prinzip von einem solchen Extremereignis betroffen sein. Das andere Extrem, das wir leider derzeit erleben, Trockenheit und Dürre. Hier dargestellt eine Abbildung des Umweltforschungszentrums in Leipzig, UFZ. Die geben auch den sogenannten Dürremonitor heraus. Da habe ich auch gleich noch eine Darstellung dazu. Hier dargestellt gibt es leider erst seit kurzer Zeit die sogenannte nutzbare Feldkapazität. Das ist die Wassermenge, die von Waldbäumen genutzt werden kann. Und hier sieht man jetzt Datum 22.09.2020. Man kann sich also diese Daten tagesaktuell abgreifen. Ich habe bewusst dieses Datum genommen, weil es war kurz vor den Regenereignissen, kurz bevor jetzt mal Niederschläge kamen. Dann flächendeckend in Rheinland-Pfalz eine nutzbare Feldkapazität unter 30 Prozent, in vielen Fällen 20 Prozent oder sogar 0 Prozent. Und ab unter 30 Prozent beginnt Trockenstress. Also ganz dramatische Verhältnisse, die wir jetzt auch wieder in diesem Herbst haben. Und was Frau Runkel schon eingangs angedeutet hat, wir waren ja bisher meist in der Lage, wenn ein Extremereignis kam oder ein Schaden, dann konnte man damit umgehen, weil die Folgejahre oft normal waren oder weil sich Wälder, weil sich Systeme erholen konnten. Und hier auch mal vom UFZ dieser Dürremonitor, sogenannte Dürremagnituden, beginnend ab 1952 bis 2019. Und hier fällt auf, es gab schon in der Vergangenheit immer wieder einzelne extreme Jahre. Vor allem das Jahr 1976, das auch für die Forstwirtschaft als weiser Jahr einging. Oder das Jahr 1959, deutschlandweit auch extreme Dürre. Oder das bekannte Jahr 2003 mit dem Jahrhundertsommer. Auch ein extrem trockenes Jahr. Aber was eben auch deutlich wird, nach solchen Trockenjahren gab es in der Regel wieder relativ normale Jahre. Oder zumindest Jahre mit keiner extremen Trockenheit. So, nun in den letzten Jahren, beginnend ab 2011, wiederholt Trockenjahre. Extrem jetzt 2018, 2019, 2020 lag zumindest bis Juni einigermaßen im Mittel. Aber seit Juni, die Herbstmonate waren dann auch wieder von extremer Trockenheit geprägt. Das heißt, unsere Systeme können sich nicht mehr erholen. Sie sind unter Dauerstress. Und das ist das Problem, das wir derzeit haben. Und es hat Folgen, nicht nur für den Wald, sondern eben für viele Bereiche. Und das, was ich eingangs schon erwähnt habe, wir beschäftigen uns als Kompetenzzentrum mit allen Gesellschafts- und Umweltbereichen, soweit sie für Rheinland-Pfalz relevant sind. Und wir orientieren uns dabei an der sogenannten deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Hier jetzt mal aufgeführt, diese einzelnen Sektoren, die wir näher analysieren, wo wir auch versuchen, regionale Aussagen für Rheinland-Pfalz zu treffen und Anpassungsstrategien zu entwickeln. Die spannende Frage ist natürlich, wo geht denn die Reise hin? Jetzt habe ich Ihnen ausführlich gezeigt, Beobachtungsdaten, Messdaten, Wahrnehmungen, was hat man alles schon jetzt gemessen? Doch wo geht die Reise hin? Das wissen wir nicht so genau. Der Weltklimarat gibt sogenannte weltweite Klimaszenarien heraus. Und wie sich das Klima entwickelt, das hängt von uns ab, von uns Menschen, wie sich der Ausstoß an Treibhausgasen entwickelt. Und das hat man versucht, in Szenarien abzubilden. Die beiden Extremszenarien sind hier mal global dargestellt. Das sogenannte Paris-Ziel besagt eben, die Erderwärmung unter 2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu halten, beziehungsweise möglichst 1,5 Grad anzustreben. 1,1 Grad haben wir schon. Auf der anderen Seite, das Extremszenario, wenn wir so weitermachen würden wie bisher, deswegen weiter wie bisher Szenario, dann würde es global eben deutliche Temperaturveränderungen geben, die teilweise um bis zu 10 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau nach oben gehen. Im Mittel liegen wir wahrscheinlich so bei 3 bis 4 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Jetzt besteht die Herausforderung darin, dass wir hier für Rheinland-Pfalz spezifische Zahlen brauchen. Also die Frage, was bedeutet das für uns jetzt hier in Rheinland-Pfalz? Und dazu verwendet man regionale Klimamodelle und regionale Klimaprojektionen, die angetrieben werden von diesen globalen Emissionsszenarien. Das ist jetzt alles sehr technisch, das ist ein bisschen kompliziert. Ich will da auch nicht auf Details eingehen. Wichtig ist das Ergebnis. Das Ergebnis für Rheinland-Pfalz sieht bei der Temperatur so aus. Bis Ende des Jahrhunderts ein Anstieg von 1,0 bis 4,5. Etwa. Ich habe es ein bisschen gerundet. 1,0 bis 4,5 ist eine Wahnsinnsbandbreite. Aber das ist eben diese Unsicherheit, die wir nicht kennen, weil der Mensch letzten Endes dafür verantwortlich ist, ob wir uns auf diesem Pfad bewegen werden. Ein starker Klimaschutz, Paris-Ziel oder auf diesem Pfad kein Klimaschutz. Und das Besorgniserregende ist jetzt, wir liegen derzeit, auch hier im Westerwald, das sind jetzt spezielle Szenarien für den Westerwald, an der Obergrenze des Extremszenarios mit diesem 1,5 Grad Anstieg. Denn diese Modelle, die beginnen ab 2000. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, warum gibt es denn bei einem Szenario, 8,5 heißt im Prinzip übrigens 8,5 Watt pro Quadratmeter Strahlungsleistung gegenüber dem vorindustriellen Niveau, was praktisch menschenbedingt obendrauf kommt. Warum gibt es jetzt so eine große Bandbreite? Man hat hier unterschiedliche regionale Klimamodelle eingesetzt, die alle ihre Berechtigung haben. Es gibt kein richtiges und kein falsches Modell. Und jedes Modell, jeder Modelllauf, jede Projektion in die Zukunft führt zu einem anderen Ergebnis. Deswegen habe ich eine Bandbreite, mit der wir umgehen müssen. Wie sieht es nun bei Kenntagen aus? Wir haben ja schon gesehen, heiße Tage sind auch im Westerwald nicht mehr so selten. Heute aber in der Regel im Mittel unter fünf Tage, morgen bis zu 25 heiße Tage. Und da muss man dann befürchten, dass diese heißen Tage, wie wir es heute schon im Oberrheingraben erleben, mit Tropennächten verbunden sind. Also Nächten, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Und es hat natürlich Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unseren Schlaf, auf unsere Regeneration, wenn dann auf einen heißen Tag über 30 Grad noch eine Tropennacht folgt. Ich denke, das können Sie jetzt aus Ihrer eigenen Lebenserfahrung sehr viel besser berichten. Tropennächte gibt es oder hat es wahrscheinlich im Westerwald bisher nicht gegeben. Vielleicht im Jahr 2018 mal ein, zwei Tropennächte, wo Sie selbst die Erfahrung gemacht haben, es war tatsächlich über 20 Grad warm in der Nacht. Niederschlag. Beim Niederschlag ist der Trend nicht ganz so klar. Die Modelle sind sich da auch nicht ganz einig. Und was jetzt auch interessant ist, die beiden Szenarien verschwimmen. Also wir haben keine klare Trennung mehr zwischen diesem blauen und roten Szenario. Aber dennoch, die Mehrheit der Modelle geht von einem abnehmenden Niederschlagstrend aus, jetzt hier bezogen auf die forstliche Vegetationszeit, von etwa bis zu 10, 15 Prozent weniger Niederschlag. Jetzt könnten Sie sagen, na gut, 10 bis 15 Prozent bei Niederschlägen von 800 bis 1000 Millimeter, das ist ja nicht die Welt und sollte ja nicht so dramatisch sein. Jetzt erinnern wir uns an die Eingangsfolie phänologische Uhr. Verlängerung der Vegetationszeit. Das heißt höherer Wasserverbrauch. Doch nicht nur das. Höhere Temperaturen heißt mehr Verdunstung. Und jetzt kommen die Starkniederschlagsereignisse hinzu oder die Witterungsvariabilität, die zunimmt. Das heißt, wir haben dadurch auch räumlich-zeitlich-konzentrierte Ereignisse und an anderer Stelle eben keinen Niederschlag. Alles zusammengenommen führt dazu, dass unseren Landnutzungssystemen, unserem Wald, künftig mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger Bodenwasser zur Verfügung stehen wird. Zurück oder nochmal zurück zum Punkt extreme Ereignisse. Da bin ich Ihnen ja noch eine Antwort schuldig. Ist das auch schon der Klimawandel? Wir haben mal versucht, das zu qualifizieren mit dieser Tabelle. Hier sind mal die einzelnen Wetterextreme aufgelistet. Und wir haben hier abgeleitet, was kann man beobachten und was zeigen die Zukunftsprojektionen. Und wie bereits angedeutet, wir fühlen schon eine Zunahme der Häufigkeit und Intensität bestimmter Ereignisse, Hitze, Trockenheit, Starkregen, auch die Witterungsvariabilität. Aber das ist eben rein statistisch noch mit Unsicherheiten behaftet. Deswegen die Klammer. Was die Zukunft anbelangt, sagen im Prinzip alle Modelle. Oder können wir aus den Modellen ableiten, mit hoher Wahrscheinlichkeit Zunahme von Hitze, Trockenheit und Dürre, Starkregen, ein variableres Wetter, auch Gewitter mit Hagelzunahme. Beim Sturm sind sich die Modelle nicht einig, plus minus. Da gibt es also keine gesicherten Modellaussagen. Ich würde einschätzen, eine Atmosphäre, die wärmer ist, die mehr Energie hat, müsste eigentlich auch dazu führen, dass Sturmereignisse zunehmen werden. Und die Wissenschaftler, weil sie es eben nicht genau wissen, die verwenden dafür den Begriff der Attribution. Kann ich bereits beobachtete Ereignisse einer Ursache zuschreiben? Also ist es tatsächlich der Klimawandel? Und da ist die Aussage eigentlich auch ganz klar, das einzelne Ereignis ist nicht der Klimawandel. Aber der menschengemachte Klimawandel erhöht die Wahrscheinlichkeit von Extremen und die Häufung und Intensität dieser beobachteten Extreme ist ohne den menschlichen Einfluss nicht mehr erklärbar. Zurück zu dieser Darstellung. Ich hoffe, Sie haben sich die Farbabstufung einigermaßen merken können, dieser Wärmestufen für die jüngere Vergangenheit und für die Gegenwart. Hier jetzt der Blick in die Zukunft mit diesen beiden Szenarien. Links Klimaschutz, blau, rechts, starker Klimawandel oder weiter wie bisher, rot. Nun gut, links würden wir gegenüber der heutigen Situation keine dramatische Veränderung bekommen. Das heißt, Paris-Ziele würden eingehalten, globale Erwärmung undeutlich unter 2 Grad. Dann würde der Westerwald hier doch im Bereich der kühlen bis mäßig kühlen Stufe bleiben. Nicht so hier bei dem Klimaszenario weiter wie bisher. Da würde der Westerwald überwiegend in die Stufe warm rutschen. 18 bis 20 Grad. Dass 18 bis 20 Grad das Aus für die Fichte sind, das ist vollkommen klar. Das beobachten wir heute schon. Aber es wäre möglicherweise auch das Aus für zahlreiche andere heimische Baumarten. Und der Oberrheingraben, der wäre komplett im roten Bereich heiß. Da stellt sich die Frage, gibt es da heimische Baumarten, die mit solchen Verhältnissen noch zurechtkommen? Ich werde bewusst heute nicht auf das Thema oder nicht intensiver auf das Thema Wald und Klimawandel eingehen. Das haben wir auch so abgesprochen. Dennoch möchte ich Ihnen kurz ein, zwei Ergebnisbeispiele zeigen. Wir entwickeln am Kompetenzzentrum sogenannte Klimaeignungskarten. Und das haben wir mal getan für unsere fünf Hauptbaumarten im Land. Und diejenigen, die jetzt vielleicht unsere alten Eignungskarten kennen, die werden jetzt vielleicht ein bisschen erstaunt sein und sagen, da haben die alten Karten ja teilweise schlechter ausgesehen als jetzt die neuen mit dem starken Klimawandel. Was wir hier gemacht haben, wir haben im Prinzip das Wachstum ausgeblendet, weil es immer mehr darum geht, Wald zu erhalten, Ökosystemleistungen. Das heißt, das Wachstum ist hier gar nicht berücksichtigt, sondern nur die Frage, ob eine Baumart unter den künftigen klimatischen Bedingungen überleben kann. Also wir gehen in das Verbreitungsgebiet der Baumart, schauen, welche Ansprüche hat die Baumart an die Temperatur, vergleichen diese Temperaturwerte mit dem jetzigen und dem künftigen Klima im Land und leiten daraus eine klimatische Eignung ab, von gering über mäßig zu gut und sehr gut. Gut aus für die Fichte, das erleben wir, aber gar nicht so schlechte Karten hätte die Eiche, auch die Kiefer im Westerwald noch mit relativ guten Bedingungen, das würde auch für die Buche gelten, auch für die Tanne, also was den Westerwald anbetrifft, wären das, selbst bei starkem Klimawandel, gar keine so schlechten Zukunftsperspektiven. Wenn Sie sich aber jetzt an meine Darstellung erinnern, dann kommt ein großes Problem hinzu, und das ist in diesen Klimadaten nicht abgebildet, und das sind die Extreme. Das beruht alles auf Veränderungen von Mittelwerten. Wenn jetzt ein Trockenjahr zwei- oder dreimal hintereinander kommt, oder auch wenn wir Starkregen haben, wenn wir Hitze haben, Hitzeschäden, dann ist das alles hier nicht abgebildet. Und leider können das die Modelle auch nicht. Wir versuchen das jetzt ein bisschen zu umschiffen, indem wir einfach Jahre generieren, Trockenjahre generieren oder Hitzejahre, die aufeinander folgen und schauen, was passiert dann. Das versuchen wir derzeit einzubauen, um da zu belastbaren Ergebnissen zu kommen. Was Frau Runkel auch schon angesprochen hat, leider profitieren die meisten Antagonisten vom Klimawandel. Also hier jetzt bezogen auf dem Wald, durch höhere Wärmesummen, durch steigende Temperaturen profitieren zahlreiche Krankheiten oder Schädlinge, inzwischen sprechen wir von Gegenspielern oder Antagonisten, die ihr Areal verändern und erweitern, in die Höhe gehen, in den Norden gehen, wie der Borkenkäfer. Sie machen zunehmend mehr Generationen, an vielen Stellen inzwischen in solchen Trockenwärmejahren drei Generationen statt früher zwei Generationen. Es wandern leider auch neue Arten ein, zum Beispiel bei der Esskastanie, die als Zukunftsbaumart bisher gilt, die Esskastanie in Gallwespe oder auch die Douglasie zeigt zunehmend, leider Schwächen, auch bedingt dadurch, dass Arten aus dem natürlichen Verbreitungsgebiet kommen, wie die Douglasien-Gall-Mücke und eben jetzt ganz besorgniserregend, dass in den letzten Jahren mit Buche, Birke, auch heimische Baumarten betroffen sind, nicht in erster Linie von Antagonisten, aber eben von der Trockenheit. Was versucht Landesforsten zu machen? Ich denke, das wird Gegenstand in den Folgevorträgen sein. Hier nur eine Sache, die wir an der Forschungsanstalt derzeit vorbereiten. Wir versuchen, ein System zu erstellen für Waldbesitzende, einen sogenannten Klima-Standort-Wald. Dieses System ist dynamisch. Es soll allen Waldbesitzenden zur Verfügung stehen, vielleicht künftig mit einer App, die man dann auf dem Smartphone herunterladen kann und dann kann man für den einzelnen Waldort, bekommt man dann Informationen zum Standort. Zum Standort, wie er heute aussieht und wie er auch künftig durch den Klimawandel aussehen könnte. Denn der Klimawandel beeinflusst bekannter Maßnahmen vor allem diese frische Stufe, aber eben auch die Wärmestufe. Und dann wird für diese Stufe, für heute und für die Zukunft, eine Art Standortwald definiert mit möglichen Hauptbaumarten und Nebenbaumarten, aber auch Pionierbaumarten und ergänzende Baumarten. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also möglicherweise auch neue Baumarten, die wir nicht kennen. Das muss man natürlich mit Vorsicht betrachten. Da muss man das Risiko abschätzen. Aber auch da gibt es vielleicht die eine oder andere Art, die zukunftsfähig ist. Das nur so ein ganz kurzer Blick in den Wald. Ich möchte so im letzten Teil meines Vortrags nochmal auf das Thema Hitze eingehen und menschliche Gesundheit. Ich habe das ja bereits angedeutet mit den Hitzetagen, mit Tropennächten. Und wir haben da auch eine Masterarbeit mit der Universität Mainz durchgeführt, wo mal die Hitze-Mortalität differenziert wurde nach Landkreisen. Und zwar seit 1998 als Anzahl der abweichenden Sterbefälle pro 100.000 Einwohner. Das Ganze ist nicht einfach, weil Sie müssen im Prinzip den Tod eines Menschen dem Hitzeereignis zuordnen oder das in Verbindung bringen. Da läuft derzeit auch eine Studie, die vom Bund gefördert wird, mit Krankenhausaufenthalten. Da haben wir auch die Medizin in München mit dabei, um da zu belastbaren Daten zu kommen. Aber was Sie sehen, der Westerwald war bisher wenig betroffen von Hitze. Also hitzebedingte Sterbefälle gab es in extremen Jahren, aber das war nicht nennenswert im Vergleich zu anderen Kreisen, die hier rot dargestellt sind, wo es teilweise mehr als 50 oder 60 Hitze-Tote während starker Hitzewellen gab. Das Ganze kann man tatsächlich auch korrelieren. Hitzebedingte Todesfälle seit 2003, im Jahr 2003. Und diese Hitzewelle, die wir 2003 hatten, die hat wirklich zu einer erhöhten Mortalität geführt. Von etwa knapp 300 Hitze-Toten in Rheinland-Pfalz, in Europa waren es 70.000. Also es ist da ein Zusammenhang ganz klar da. Und wir müssen eben leider damit rechnen, dass es künftig noch mehr Hitze gibt. Und es zeigt nochmal diese Darstellung zu extremen Wetterereignissen. Wir beobachten eine Verschiebung des Mittelwerts, aber die ist gar nicht so dramatisch. Aber entscheidend ist, diese Mittelwertsverschiebung, die führt dazu, dass Extreme zunehmen. Also Extreme, die wir heute, das zeigt diese Linie, noch gar nicht haben. Und insgesamt wird auch die Kurve sehr viel breiter. Was bedeutet, und es geht zum Beispiel auch für Frostereignisse, wir werden kalte Ereignisse nach wie vor haben. Sie werden nur möglicherweise nicht zu intensiv und nicht zu häufig auftreten. Aber denken Sie an die phänologische Uhr. Wenn die Vegetation früher austreibt, können die Schäden sogar schlimmer sein, selbst wenn die Ereignisse zurückgehen. Aber wichtig eben, dass wir an diesem oberen Rand vor allem eine deutliche Erhöhung von Hitzerekorden und Hitzeereignissen bekommen werden. Wir bleiben beim Thema, noch ein bisschen beim Thema menschliche Gesundheit. Auch schon im Westerwald ist dieses Insekt hier der Eichenprozessionsspinner. Vielleicht haben Sie schon Erfahrung gemacht, vielleicht ist das in Ihren Kommunen ein Thema. Müsste es eigentlich, zumindest im Westerwaldkreis. Wir haben vor einigen Jahren eine Befragung durchgeführt bei den Forstämtern und waren dann ein bisschen erstaunt über die wenigen Rückmeldungen. Also es gab viele Rückmeldungen, aber es gab nur wenige Kreise, die tatsächlich da Fallzahlen meldeten. Dann haben wir uns an die Kommunen gewandt, an die Verbandsgemeinden und an die Kreise. Und siehe da, weil der Eichenprozessionsspinner vor allem in Parkanlagen, in Randbereichen auftritt, kamen dann Meldungen. Und wir haben daraus diese Karte angefertigt, die zeigt, dass der Prozessionsspinner im Land schon sehr weit verbreitet ist und in vielen Kreisen vorkommt. Für die Forstwirtschaft ist er eigentlich kaum ein großes Problem. Er ist nicht bestandsbedrohend. Bisher ist vor allem die Rheinebene betroffen. Wer natürlich betroffen sein kann, Waldbesucher und das Forstpersonal, das heißt die im Wald arbeitenden Menschen. Aber der Prozessionsspinner muss ein Thema für die Kommunen sein, was zum Beispiel die Nutzbarkeit öffentlicher Plätze anbelangt, auch die Sicherheit der Arbeitskräfte der Kommunen oder was die Finanzierung dann von Beseitigungsmaßnahmen anbelangt. Für den Gesundheitssektor gibt es bislang keine Meldepflicht. Die Meldungen und die Fallzahlen sind tatsächlich bisher gering. Aber das könnte ein Thema werden, das man im Fokus haben muss. Ich werde jetzt aus Zeitgründen nicht auf weitere Insekten eingehen, wie zum Beispiel asiatische Buschmücke oder Tigermücke oder Zecken. Da könnte man jetzt einen eigenen Vortrag halten und die Zusammenhänge mit dem Klimawandel aufzeigen. Das will ich mir jetzt an dieser Stelle auch aus Zeitgründen sparen. Ich möchte aber doch am Schluss noch die Gelegenheit nutzen, das Thema Anpassung an den Klimawandel auf die kommunale Ebene zu heben. Denn Anpassung muss auf kommunaler Ebene ein Thema sein. Wir spüren eben den Klimawandel lokal. Und lokal können auch die Maßnahmen ergriffen werden. Und wir haben vor einigen Jahren in einem Pilotprojekt in der Stadt Speyer damals begonnen mit Anpassung an den Klimawandel. Und idealerweise, da will ich auch nicht auf die Einzelheiten eingehen, durchläuft ein Anpassungsprozess in einer Kommune bestimmte Schritte. Es beginnt mit einer Betroffenheitsanalyse. In welchen Feldern bin ich betroffen? Dann werden Maßnahmen entwickelt, gemeinsam im gesellschaftlichen Dialog, zum Beispiel im Rahmen von Workshops, Bürgerversammlungen, Arbeitsgruppen. Und dann muss es selbstverständlich in die Anpassung gehen. Das heißt, es braucht kommunale Beschlüsse. Einzelmaßnahmen müssen, sollten umgesetzt werden. Und wenn Maßnahmen umgesetzt werden, dann müssen sie beobachtet werden im Hinblick auf ihre Wirksamkeit. Was kann man ändern? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Wichtig ist eben die Öffentlichkeit, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen mitzunehmen und solche Beschlüsse dann auch einfließen zu lassen in planungsrelevante Karten. Im Rahmen der Bauleitplanung ist nach der Novellierung des Baugesetzbuches im Jahr 2011 sind die Themen Klimaschutz und Klimawandelanpassung verbindliche Themen. Das heißt, sie sind ein abwägungsrelevanter Tatbestand. Aber es gibt kaum Ausführungsvorschriften, wie das umgesetzt werden muss und welches Gewicht zum Beispiel der Klimaschutz und die Anpassung bei kommunalen Planungen haben. Da arbeitet man derzeit daran. Das lebt natürlich auch von der Umsetzung und von Beispielen aus der Praxis. Ein Problem, das mit solchen Prozessen immer verbunden ist, das zeigen auch unsere Erfahrungen in den Kommunen, die wir bisher betreut haben. Ich komme gleich noch auf die Betreuung der Kommunen. Wir haben häufig an dieser Stelle zwischen der Maßnahmenentwicklung und der Umsetzung, der Anpassung so eine Art Zollbruchstelle. Da geht es häufig nicht weiter. Im Bürgerdialog wurden vielfältige Maßnahmen erarbeitet. Es wurden Steckbriefe erarbeitet. Aber es hakt dann an der Umsetzung, hängt natürlich mit den Ressourcen, mit den Kapazitäten der Kommunen auch zusammen. Aber vielleicht auch mit der Betroffenheit, die häufig noch nicht gesehen wird. Das war Anlass für uns ein Projekt. Wir begleiten dieses Projekt unter der Leitung der Stiftung für Ökologie und Demokratie, vom Bund gefördert. Ein Projekt namens Anpassung, Klimawandelanpassungscoach. Und vielleicht gerade in den letzten Wochen gab es mehrere Fernsehbeiträge des SWR, wo einzelne Maßnahmen auch vorgestellt wurden, die im Rahmen dieses Projekts erarbeitet wurden. Wir coachen derzeit zwölf Kommunen und drei Landkreise in Rheinland-Pfalz im Rahmen dieses dreijährigen Projektes. Mehr geht leider nicht. Die Anfragen übersteigen derzeit die Kommunen, die wir coachen können. Und unser Anspruch war es, eine Flächenpräsenz in Rheinland-Pfalz zu bekommen. Das ist uns nicht ganz gelungen. Sie sehen, es gibt ein paar Lücken, vor allem in der Eifel. Da war das Bewusstsein nicht ganz so vorhanden, während es sehr viele Anfragen aus der Vorderpfalz gab. Da ist auch die Betroffenheit natürlich da. Hitze, Trockenheit, Starkregen. Und da haben sich auch drei Kreise mit Birkenfeld, mit Germersheim und mit der südlichen Weidenstraße gefunden, die wir eigentlich ursprünglich gar nicht im Fokus hatten, weil es sollte nicht um Kreise gehen, sondern um Kommunen. Trotzdem haben wir dann auch in Absprache mit dem Geldgeber gesagt, wir wollen auch drei Kreise mit aufnehmen, weil wir zeigen wollen, was kann eigentlich ein Kreis bewegen Richtung Kommune oder was kann er vielleicht nicht bewegen. Er kann zumindest Empfehlungen geben und beraten. Was wir gemerkt haben in diesem Coaching-Prozess, der hat drei Phasen von Fachinformationen über Workshop-Veranstaltungen bis hin zum Transfer, also bis zur Umsetzung von Maßnahmen. Für die Kommune werden die Themen Klimaschutz und Anpassung zusammengedacht. Wir trennen das häufig, weil wir sagen, Klimaschutz zielt ab auf die Reduktion von Treibhausgasen und Klimawandelanpassung setzt an den unvermeidbaren oder bereits erkennbaren Klimaveränderungen an. Der Kommune ist es letzten Endes egal, das können Sie vielleicht berichten. Die Kommune denkt Klimaschutz, Klimaanpassung denkt zusammen und das sollte auch künftig so laufen. Wir stehen da auch im Austausch mit unserem Ministerium. Die Themen Hochwasserschutz, Klimaschutz und Anpassung sollen zusammen gedacht und behandelt werden, auch in Informationsveranstaltungen. Und es spiegelt sich zum Beispiel hier wieder an diesen vielfältigen Maßnahmen, die in einzelnen Kommunen schon umgesetzt wurden, vom klimagerechten Waldumbau über die Fassadenbegrünung bis zur klimagerechten Stadtentwicklung, dezentraler Wasserrückhalt in den Weinbergen oder landwirtschaftlichen Flächen, Hitzeschutz durch helle Dächer. Da sieht man also auch das Thema Bauen mit Holz hat ja Klimaschutzaspekt. Es hat aber auch einen Anpassungsaspekt. Und es gibt bereits aus diesen Modellkommunen eine ganz breite Palette von möglichen Maßnahmen. Die wollen wir jetzt auch zur Verfügung stellen. Weil Ziel dieses Projektes ist es, auch übertragbare Ergebnisse zu bekommen, die im jeweiligen Raum auf die Kommune übertragbar sind. Und unser Klimawandel-Anpassungscoach kam aus meiner Sicht auf eine geniale, zündende Idee, worum es gehen muss. Wir haben ja bisher immer gesprochen von einer blau-grünen Stadtentwicklung. Blau für Wasserelemente, grün für Stadtgrün und Parkpäume. Und er meinte, Forstwirtschaft, Holzverwendung, die Farbe beige muss unbedingt dazu. Wir sollten künftig von einer blau-grün-beigen Stadtentwicklung sprechen, weil Bauen mit Holz eben auch zum Klimaschutz beiträgt und weil auch viele Anpassungsaspekte mit abgebildet werden können. Das war jetzt ein Ritt durch einige Themenfelder. Viele Informationen finden Sie in unserem Klimawandel-Informationssystem Quiz-RLP unter dieser Adresse www.quiz-rlp.de, wo es Informationen nicht nur zu Klima und Witterung gibt, sondern eben auch zu den Klimafolgen. Es gibt ein Anpassungsportal, das gerichtet ist an Kommunen, an Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger. Da finden sich viele Informationen. Und es gibt einen Servicebereich, da werden zum Beispiel häufig gestellte Fragen beantwortet. Da gehen wir auch auf die Argumente von Klimawandelleugnern und Skeptikern ein. Hier sehen Sie zum Beispiel einen Ausschnitt aus diesem Anpassungsportal, wo es eben diese drei Säulen gibt, Bürgerinnen und Bürger, Städte und Kommunen, Unternehmen. Und speziell, dieses Anpassungsportal lebt von den umgesetzten Maßnahmen und von den Erfahrungen, die auf kommunaler Ebene gemacht werden. Ganz zum Schluss, die Zeit ist fortgeschritten, wollte ich ja noch mal auf das Thema Tourismus zurückkommen. Mit diesem bekannten Grußwort. Ich habe versucht, mal ein bisschen was aufzuzeigen. Wie sieht es denn mit Tourismus und Klimawandel aus? Der Westerwald definiert sich meines Erachtens mit diesem Slogan auch und mit der Werbung über eine attraktive Naturlandschaft, über vielfältige Sport- und Freizeitmöglichkeiten, Stichwort Wandern und Radfahren, über Aus- und Einblicke in eine intakte Natur und Sehenswürdigkeiten. Und das Umweltbundesamt hat jetzt in einem Projekt deutschlandweit mal sich intensiver mit Tourismus und Klimawandel befasst. Und da gibt es jetzt Regionen, unter anderem die Region Westerwald-Lahn. Und da wurden verschiedene klimatische Parameter, die tourismusrelevant sind, untersucht. Und ich habe mir die jetzt mal rausgegriffen und habe die mal versucht, qualitativ einzuschätzen für den Westerwald. Was sind überhaupt tourismusrelevante Parameter? Das sind sicher Trockentage, das sind Starkregentage, das sind Schneetage, das sind natürlich die Sommertage, die Hitzetage, das sind aber auch die schwüle Tage. Und hier links abgebildet jetzt ein Plus, das heißt, diese Tage nehmen zu, Minus, sie nehmen ab, Doppelminus, sie nehmen stark ab, Doppelplus, sie nehmen stark zu infolge des Klimawandels. Differenziert jetzt nochmal für die nahe Zukunft bis 2060 und für die ferne Zukunft bis 2090. Und jetzt habe ich mal versucht einzuschätzen, wie wirken sich diese Veränderungen auf den Tourismus aus? Was ist positiv? Was ist negativ? Was ist stark negativ? Trockentage? Jetzt werden Sie vielleicht erstaunt sein, warum grün? Ja, aus touristischer Sicht sind ja Trockentage zunächst mal was Gutes, wenn damit nicht irgendwelche anderen Veränderungen damit verbunden sind. Also wenn es nicht regnet an einem Tag, dann ist es das für Outdoor-Aktivitäten positiv. Starkregentage sind negativ. Wenn Eis- und Sommertage zurückgehen, aus touristischer Sicht würde ich eher sagen positiv. Hitzetage, Hitzeintensität negativ. Wenn hier negativ, nicht stark negativ abgebildet ist, dann einfach deswegen, weil die Veränderung bis zur neuen Zukunft nicht so stark ist wie bis zur fernen. Ganz dramatisch, aber schwüle Tage. Schwüle Tage nehmen zu, nehmen stark zu und sind aus touristischer Sicht nicht günstig. Das ist so eine grobe Einschätzung, welche Folgen der Klimawandel für den Tourismus haben kann. Und ich habe das dann versucht auch nochmal gegenüberzustellen, Chancen. Sicher gibt es auch Chancen, zumindest bisher, Richtung ganzjähriger Tourismus, Verlängerung der Badesaison. Ein relativer Konkurrenzvorteil des Westerwalds zu anderen Regionen. Wandern, Radfahren als Sport- und Freizeitaktivitäten, Heil- und Kurorte, Wellness, das sind sicher Themen, womit der Westerwald auch punkten kann. Auf der anderen Seite natürlich auch Risiken, Extremwetter, was die Sicherheit und das Risiko für Infrastrukturen anbelangt. Die thermische Belastung könnte ein Problem werden. Wegfall Schneetage, weil Schnee ist ja auch ein Faktor, der auch zieht, wenn wenigstens Schnee liegt. Es geht gar nicht um Skifahren, es geht einfach darum, dass man sich in der Natur bewegt, in einer Schneelandschaft bewegt. Zunehmende Waldbrandgefahr, die Wasserqualität, die ja noch Thema sein wird. Und was eben jetzt leider, ich habe diesen Vortrag schon mal gehalten vor 2018 und da hatte ich diesen Punkt Landschaftsbild noch gar nicht so drin oder eher als positiven Aspekt. Kahle Flächen, Dürre, Austrocknung, kranke Wälder kann natürlich ein Risikofaktor sein. Dennoch denke ich, gibt es Anpassungsmöglichkeiten, indem sich zum Beispiel die Region auf die chancenreichsten Themen konzentriert, den relativen Destinationsvorteil ausnutzt, auf Regionalität achtet, auf Kultur und Natur, Qualität und Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt und die Themen Wellness und Gesundheit auch sehr stark befördert. Aber es soll nur zeigen, auch Touristiker müssen sich mit dieser Frage befassen, welche Folgen kann der Klimawandel haben, wo sind riesige Chancen, wie gehe ich mit diesem Problem um. Das konnte ich jetzt aus Zeitgründen am Schluss nur etwas streifen, aber Sie sehen, wie vielfältig diese ganze Palette ist, mit der wir uns beschäftigen. Aktuell herausgegeben haben wir auch ein neues Themenheft seit letzter Woche. Es gab schon das Themenheft Klimawandelentwicklungen bis heute. Es gibt jetzt Neues, das Sie auch downloaden können von unserer Webseite Klimawandelentwicklungen in der Zukunft. Und dann hoffe ich Ihnen, dass ich Ihnen einige Einblicke geben konnte. War viel, aber Sie sehen, wir beschäftigen uns auch mit vielen Themen und viele Themen sind leider aus Gründen des Klimawandels eben auch relevant und haben Folgen für Rheinland-Pfalz und auch für den Westerwald. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank. Applaus